Der bringt mich in die Halle der Unsterblichen, also der beiden Dämonen, die man nicht töten kann. Außer man hat hochgradige Gift und andere Aoi- äh, die Dot-Zauber. Das heißt, ich muss mich jetzt alleine durch die da unten prügeln. Ja, hier oben ist das Portal zu denen. Das ist gar gar nicht, das müsste da unten sein, gell? Hier in dem Bereich. Vorsicht! Verteidigt euch! Kämpft! Gott sei Dank bin ich tanky. Ich habe ja mit 300, mit fast 3500 Lebenspunkten, verdammt viele Lebenspunkte. Ich überlege mal, okay, sie ist eine Kämpferin, sie ist nur leichte Kriegskunst. Zurück mit euch! Ah, zum Beispiel Ump hier. Gut, Ump hat eine hohe Grundrüstungsklasse. Ja, ist halt nicht... sind halt nur Helden, keine Avatare. Ich bin und bleibe eben doch das Stärkste, was ich zu bieten habe. Kampfmeister und Sturmhorn, ja, die gehen... Zurück mit euch! Achtung! Zurück mit euch! Also ja, das Gute ist, wenn ich treffe, tue ich weh. Und wenn ich getroffen werde, dann stecke ich nicht... äh, dann tut's mir nicht arg weh. Zeit zu sterben! Zurück mit euch! Okay, hier ist dicht, das heißt, ich muss oben lang. Zeit zu sterben! Verteidigt euch! Kämpft! Ist noch das Untier hier... Ur-Tier, nicht Untier. Zurück mit euch! Entschuldigung. Wollte dich nicht beleidigen, nur umbringen. So, die beiden da oben liegt noch, geh ich mal gekonnt. Vernichter, Stampfer und Bergbecher. Vorsicht! Vorsicht! Zeit zu sterben! Verteidigt euch! Lass mal den Stampfer weg, weil der kann einfach nichts. So, jetzt der Dammbrecher weg. Kämpft! Vorsicht! Vorsicht! Zeit zu sterben! Zurück mit euch! Achtung! Achtung! Zurück mit euch! So, jetzt den Champion weghauen. Achtung! Zeit zu sterben! So, jetzt mal hier durch. Hi. Achtung! Zurück mit euch! Wollen wir nicht lieber Freunde sein? Müssen wir uns umbringen? Achtung! Verteidigt euch! Kämpft! Achtung! Zurück mit euch! Okay, der Kampfmeister hier weiß nicht, was er will. Gut. Dafür haben wir für ihn entschieden. Oh, das öffnet hier etwas. Okay. Aber nicht hier oben. Und auch nicht hier. Ah, hier ist es so verdammt ruhig. Da hat nichts gesagt. Erstmal die Champion. Kämpft! Dann das Sturmhorn. Achtung! Zurück mit euch! Achtung! Vorsicht! Achtung! So, mit dir. Männchen hier berühren. Zu Befehl! Greift sie an! Feindlicher Angriff! Ja! 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 So, hier sind alle schon mal tot. Jetzt müssen wir erst zurückkommen, weil wir müssen wahrscheinlich hier runter und hier nochmal irgendwo einen Mann hier berühren. Warum wollt ihr jetzt auf einmal mit mir kuscheln? Ich mag nicht mit euch kuscheln. Okay, scheinbar mag ich doch. Kämpft! Zurück mit euch! Zurück mit euch! Du läufst doch noch weg. Achtung! Gott, kann ich nicht immer so viel Schaden machen, es geht ja schon wieder runter. Ich habe keine Ahnung, ob es in dem Spiel Quids gibt. Wenn ja, dann waren das gerade zwei Quids hintereinander. Ziemlich übel. Böse. Ziemlich übel. 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 so ich hoffe das war es jetzt mit teleportieren aber müsste es glaube ich gewesen schnell das labyrinth macht schon einen ziemlich großen teil aus über so sieht auf mein zeichen und los mir nach vorwärts hier ist auf jeden fall noch ein steinkopf hier ist ein steinkopf vorwärts da muss hier dazwischen entweder doch ein portal sein oder was ich hoffe der man hier für die freiheit zeit zu sterben ja sofort schnell in die schlacht naja es ist der man hier gut verstärkt die deckung so dem verdichter verdichten die man hier berühren auf mein schnarchen und los mir nach warum auch immer das dann immer knurren muss wie eine katze hier zum angriff sie sind überall feindlicher angriff sie sind überall 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 sie sind überall